Herzlich Willkommen zurück zur neuen Ausgabe von Henry's Adventure. Ich war gerade hier so ein bisschen platt. So, nächstes Metal, Henry's, letztes Jahr, Henry's Adventure. Jetzt ist es mir nicht mehr wert, nachdem ich gesehen habe, was da noch alles auf die Zukunft ist. Und hier sollte es zu mir exit geben, habe ich gehört, habe ich gesehen. Okay, jetzt ist es wieder safe, ich muss mich verrichtigen, ich glaube, das war der Funkte, komm Gott. Und ich kann jetzt, glaube ich, nur noch run und dann mich ins Ziel. So, sind die Ruinen. Ich bin so froh, dass es hier keine versteckten Kollenblocks gibt. Jetzt, jetzt kommen sie eh. Was ich so gesagt habe, so, aber jetzt. Ich weiß nicht, mit der Ruinen versuchen sie zu schieben. Okay. Wenn sie sich gut exit geben, nehme ich das natürlich gerne mit. Okay, egal. Nein, Select Coins. Nein. Nein. Okay, rein mit uns. Ich probier's, ich probier's. Ich probier's, ich probier's, ich probier's. Vielleicht ist das ja nicht so schwer. Oder wir Oh, der reicht mir glaube ich jetzt schwingge Neverland. Ok, 6 wieder, ich bin wieder drin im Geschehen, jetzt bin ich 8, ok, zack und hepp, so als ich wieder drin, hier oben hole ich mir mal nicht, ich laufe mal weiter, zurecht 5, ich glaube ich habe allein gesagt, jetzt habe ich noch 8 Sekunden, ob mir die reichen unten, 10 habe ich, ich bin jetzt gerade richtig viel zu konzentriert, ich verschwere sich aus, 15, 14, 13, 12, 11, taugt, jetzt darf ich im Lotto 5 schon, ok, und mit einmal, das werde ich jetzt das zweite Mal auch nicht treffen, Sandy Reins, das Normale, jetzt live on stage, ich glaube normal gibt es Nuppels einzusammeln, diese Folgen gibt es nur bei den Lotterien Lotterien zu gewinnen, und, setze ich jetzt einfach, ich muss jetzt was dabei sein, zack und das ist viel zu spät ungefähr, um Headplay aufzunehmen, da gebe ich euch dann noch Bock, jetzt noch ein paar Folgen aufzunehmen, und ich meine, was spricht denn da noch dagegen, ich meine, okay, direkt K1 ist jetzt weg, Wunder, danke schön, Wunder, schön wollte ich sein, Wunder wollte ich nicht sein, gell, so, nächste Tür, was erwartet uns, wird hier jetzt eigentlich so, wenn ich es nicht dürfen, genau, das ist natürlich nicht recht, eben die Dinger nicht einsam, die Dinger sind nur für Leben lang, und in der nächsten Tür wieder geschafft, und, also, das habe ich nicht gemacht, den habe ich nicht gemacht, ok, der wird schwer, den da rumzunehmen, und, also, das habe ich nicht gemacht, den habe ich nicht gemacht, ok, der wird schwer, den da rumzunehmen, überhaupt nicht, einmal hoch, oh, komisch, komm ich da rum rein, so, die nächste Tür, ihr wirst in safe state, und dürfen wir eh gleich schwammzunehmen, jawohl, oh Gott, Leute, er hat mich, komm schon, oh, das ist gut, das ist gut, das ist sehr gut, drei Länge durchgewonnen, und jetzt sind wir schon kurz vorm vierten Schloss, diese Musik ist einfach, ich finde persönlich der Hammer, und drauf und drüber, und drauf und drüber, und da war, Was mache ich da überhaupt? Warum tue ich das? Kein Ding, kein Ding, kein Ding. Es geht runter. Hier gehts weiter, gehts hier weiter. Nur Yoshi-Coin. Aber ich habe da jetzt glaube ich, ist jetzt alle eingesammelt von dem her, sammle ich mal weiter ein. Mit einem Pilz, aber den bräuchern nicht wirklich, da ich jetzt eh sowieso fast bin. Ich hauptsächlich nur noch mit Save-States. Yoshi-Coin, konsumieren. Oh Gott. Ich wollte halt so spielen mit. In diesem Jahr will ich einfach nicht. Ich glaube, dass ich danach kommt durch die Burg. Und in der Burg zählt es wieder. Also hier. Ich will wenigstens gut in die Burg kommen. Wunderschön, wunderschön. Ich darf jetzt hier sein Speedy also nochmal aufnehmen. 16, okay. So, Castle Vieh. Jetzt geht es wieder um die Wurst. Jetzt muss ich wieder zeigen, was ich drauf hab. Jetzt muss ich wieder zeigen, was ich drauf hab. Ah, es zählt jetzt. Geht jetzt weiter nicht. Mist. Egal, ist die nächste Wahl. Wunderschön. Bist du jetzt hierher? Türen und so. Wenn ich Lust hab, war ein schon übergang. Also ein Tipp, ist sogar. Okay. Jetzt will ich hier rein kommen. Deswegen wollen wir sie auch. Ah, fuck. Dummheit, die ist hier. Von hier grüß' ich. Ich mach' einfach mal zuerst den rein. Und Pils mit zwei Sachen, die überhaupt nichts Gutes versprechen. Sonst muss ich grad irgendeinem Herzen richtig hinrichten. Was? Und das ist schon mal, oder? Ja. Jetzt bin ich beim nächsten. Und das ist, wie er die geile Musik reinbringt. Diese Happy Musik im Castle Schloss. Und ich finde, das ist wirklich gut rüber für mich, oder? Und sofort. Wunderbar. Und hoch. Und drüber. Und drüber. Und drüber. Und drüber. Ton und Garde. Und drüber. Und hier. Und dann. Pilsknochen. Zwei Türen. Boss. Davon gehe ich jetzt aus, dass das der Bosskampf ist. Hört sich auch nicht gut an. Oh nein. Wie gehe ich denn? Dieser Boss. Egal, er ist nur hier. Zack. Da haben wir hier in den Kopf. Jetzt ist er bestimmt nicht mehr hier. Okay, ich kann natürlich jetzt auch tief mit von hier hingehen. Wieso denn auch nicht? Und das sollte geschafft sein. Und jetzt sollte ich weiterkommen, ja? Das Level, wo sie noch machen, da komme ich nicht gleich in die Kinowelt. Ist das schon die letzte? Fragezeichen. Wie werden wir sie? Und wenn, dann hat das letzte Play ja gar nicht so lange gedauert. Gut zum Reinkommen. Einfach, man muss nicht viel. Man muss sich auch hier irgendwie... Gar nichts muss man sagen. Man muss eigentlich nur... ...dem schönen... ...hier. Oh, die schöne... Das schöne Design. Dann weiß man schon mal, wie der Hase leist. Dein Kupfer schön billig. Ich habe schon mal gar nicht gestorben. Oh, das war blöd. Weil ich rutsche hier. Okay. Soll ich draus spielen? Oh, da helfen die... Oh, dieses blöde Eis. Ich hasse es. Ich hasse, wie das blöde Eis. Deswegen auch mal ein Seltzer. Aber ich kann... Ich kann das nicht. Jawohl, Pils. Wenigstens, danke. Wenigstens etwas. Was die mir geben. Und jetzt? Feuerspuck wieder. Wichser. Gott schimpft da. Dann wird dir wieder schlecht... ...geredet. Was? Achso. Äh. Fuh. Ungefähr. Ich bin jetzt... ...oder runtergegangen damit. Oh, die Dinger rutschen auch. Geil. Da war... ...jawohl. Im Ziel angekommen. Und... ...ja, hier drinnen. Hier geht's weiter. Im nächsten Part. Dann gehen wir da rein. Ja, die Musik. Also, bis zum nächsten Mal. I am... ...freak. Freak. Freaky. Ja, hier drinnen. Ja, hier drinnen. Ja, hier drinnen. Bis zum nächsten Mal.